wieder da darf ich höchere schön geht auf die Dynamik Teilnahme zählte dem Tegger mit dem Felder typ lass mich für die wild für den Bildildigen Wildfug und Kuh zu kuhlen Kuhn 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 zu bedeuten bis in die光 inspiriert Schulgru Herrauf damit ja okay okay um das ist ein Schlag vom Hals scheiß ich brauche mal wieder Stein aber auch noch ganz ganz viel Sand die Sands Sands Sand 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 Sands Ohr Bühne Prozent Sands Ohr jetzt habe ich kein Stein mehr Applaus Applaus Klaus ich hol mir jetzt was 9 die Städte und Lärmste nicht hol mir Stein oder aus der Höhle oder Lärmste Geiles Survivalzimmer und ja klar immer Türen offen lassen hier ja so muss das so muss dort Kollege mal sehen alles mit Stein auch scheiße ja ich hab ja nichts mehr zu machen ja tut mir leid der wird nicht aggressiv geht auch monstern Lärmste Lärmste in Römer ein bisschen Stein aus der Höhle Prozent das sieht so aus Verlust schon besser weiß ich was du da falsche Höhle ich ich baue es halt auseinander aus an dem Bordeaux gewonnen es geht in meinen Cave rein eine Cave deine Mutter meine Mina er ein den less sowohl typisiert mir keine gewickelt Ich benutze nur den X-Ray-Mod nur für alle Fälle aus. Und ich habe gar keine Mods für alle Fälle aus. Was wenn man Höhle entdecken möchte und es wird langsam langweilig, wenn man ständig suchen möchte, dann schon. Nein, auch nicht dann. Auch nicht dann. Dann guck mal ein bisschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was machst du denn? Oh mein Gott. Ist ein Monsterspawner? Hoffentlich, 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 hoffentlich nicht, nicht, nicht. Nein, nein, hier ist kein Mopspawner, denke ich mal, für dich. Ja, bei dir, bei mir, ich bin woanders, ganz woanders. Ja, aber ich sehe dich. X-Ray. Ja, auch damit, du verdammter Cheetah, du. Ja, aber Dinge, wie ich aber lieber nicht cheat, nein, so Diamant und so. Eisen habe ich gerade ohne X-Ray gefunden. Das ist halt alles zu sehen. Ja, töte den Zombie. Ja, töte den Zombie. Ja, töte den Zombie. Komme, du beronten, helf mir mal. Okay. Oh, oh. Lalalalalala Nein, Mr. Kalabusch, geh weg! Nein, Creeper! Creeper Face! Nein! Du Dreckschwarte! Ah, genau, ein Iron Sword, gut. Ich bin vorbereitet. Nein! Wow, hör auf damit, man! Mach auf, ihr Creepers! Mach mich erschrocken, man! Ich hab mich erschreckt, sorry, sorry! Alter! Tut mir leid! Lass mir Ruhe! Lass mir Ruhe! Der geht mir auf den Sack, hier! Resident Evil für Arme! Bremst du für Arme? Resident Evil für Arme! Ach so! Okay. Nein! Geht weg! Aua! Ich komme! Alter, ich brauche eine Rüstung, man! Ich brauche echt eine fette Rüstung! Ich sage, Ach, Drecksüber! wohl fliegt hier! Meow, man! Glaublich geht die schlга... Natürlich ich klima! Ich bin erotet nicht zu bombe... ... ... Nein! ist bei zurück müssen schlafen gehen erler schlafen gehen Prozent ich wünschte ich wäre ein Zeichen und auch zu telefonieren nein nein Prozent für sich auch zu telefonieren und der war Akkurs sie wäre ich mache schon die ganze Zeit ein Pinspinning Krupp weg du Furt seit mehrheitlich zu jetzt mit neidisch auf mich wenn und Furt ist nicht Tüüß Tüüß ja ich beobachte dich ne so ist so ok direkt so ok direkt 34 der kann doch springen oder nee ein Zombie kann nicht springen dumm normal kann er springen ich gehe mal den Kiefer in den Kiefer ein Wundum ein dringend war es egal auch in so vieles ich nehme ich nicht bei Essen mit Eier was soll jetzt der Abstandsdruck ich nicht Lala Lala Eier wird bekloppt ok hier ist schon mal im Cave ein Creeper Face Ge weg Creeper Nein komm bitte geh weg geh weg Nein Nein Mama nein lass mich in Ruhe Mama Boah ich brauche ich brauche mal ein bisschen Pfeile hier doch alle gelitten Boah da haben die alle gelitten die sind richtige Leider sind das da sind ganz viele Creepers Bussosh Bussibs Auf ein Creepers bist du im Cave von meiner Mine Jap gut ich komme auch jetzt Ich komme jetzt aber hoch Jörg Beetle Dabend geаз Aw 앞 ist zurück Danke Kein Problem Kollege Wie sehe ich denn aus imミse Texter Pack Köpfe GEISS Muss doch gucken Hehe ich sehe ja geil aus mit den Augen bei der Rüstung Jo und schnitt auch mal ein bisschen Essen dabei und so vier schnitzel und vier Brot komm ich mal ein wenig ist gar nix er hat Spaß Spaß in der Nähe der Nähe das zu den Käfer nicht gefunden Schäfer gebuddelt ich habe mich gehört, habe geguckt Achtu! Achtu! Nur mal dann böse Männer Los, kommt, kommt, kommt! Ich warne euch! Kommt mir nicht nah! Stimmt! Keine Pfeile! Vorsiele! Jammer, ungebracht! Guter Schlag! Lock die Mai hierher und dann kann ich die mit nem Schwert umbringen hier! Stopp! Oh Gott, ich witt! Mein HP wird langsam lame! Alter, sehr viel Kalkohle! Ähm, sorry Leute! Wird dir auch was passiert? Nein! Tja! Ip! Wiese Kreaturen! So, das kaputt, Mädchen, das kaputt, Mai! Scheiße! Ich hab noch drei, drei Herzen und ein halbes! Du machst nur extra! Du machst nur extra! Ich mach nicht extra, ich kenn vier! Ja! Wah! Oh! 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 Da hängt ja aber ganz viel Kohle! Das ist nämlich mein Traum! Das ist über Co... Hahahaha! What the fuck! Hahahaha! Was sagt das? What the fuck! Äh, das Überkohle... Boah! Ne! Prozent Prozent schädelte Prozent Prozent macht Franz so gut bei Kohl ein Altersen also Mata Kuh Kuh in die Kugel ist immer Kohle nur Kugel Lernkern Eisen geht ja noch mal Kohle gibt es immer Massen hier Massenau die Elegale Massenauflauf Massenversammlung oder sowas Massenproduktion das für mich Massenversammlung ein illegaler Massenversammlung Lungsort so zack, 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 zack und dann Kohle, 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 Kohle Kohle, Kohle, Kohle Kohle, Kohle, Tralala okay, ich gebe zu, bis zu viel Kohle was treibt viel Kohle oh, oh cool das erste Mal Gold gefunden was wir jetzt nicht mehr brauchen, oder? wir nicht brauchen nee, nee, Gold braucht mal, Gold braucht mal Uhr, das ist eine sehr wichtige Uhr stimmt, ne Uhr, gut stimmt, die brauchen Gold und ich hab keinen Bock zu cheaten hier was ist hier los? ich hab mal spitzacke, scheiße, ich hab nur noch eine fast kaputte Diamant-Ding fast kaputte, ja, DiapX und ich hab alles fast voll ich tue ja auch nie was, lol ich schaue ich, 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 ich fand, ich fand, ich fand, ich fand, steilen ähm, nein nein wow, äh fail, wo platzierst du von ner Fackeln tun mal ein bisschen Fackeln da auch ein bisschen Fackeln da noch abfackeln oh, Eisen ach, diese Drexhülle hallo, Mr. Zombie-Creeper Skeletten-Schwein-Spinner lol hallo na, da geht's ja mal da und da und oh, la plus lazuli wo, was nützt das dieses Mal uns? keine Ahnung boah, voll dunkel hier ah, was er, was so ein boah, Kohle hallo, Kohle, nix mehr lang nicht mehr gesehen, ne und Iron vielleicht die Kohle sammeln ja haben wir auch ein bisschen Diamante oder so, ich denk nicht weiß nicht müsste man gucken gehen ich verrecke ungern äh 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 wackelkontakt mit der Fackel bei mir auch aah oh, Redstone ach, he, he, so hab gewonnen ha, ha, ha hä Buck ist ja voll der Buck aber die auch mit der Fackel ja, bei den Steinen sogar he, he, he daaaay wollt ihr mich verarschen ich glaub die Höhle will uns verarschen das der ist nicht verpackt, ne der ist nicht verpackt, ne oh klar, der existiert noch der existiert noch ex-hunstert nicht mehr man sie in Sticky's hab ich ein paar Sticky's wow, da hab ich da zu liefern ja nein, oh nein nein, oh nein ich hab die gleiche Reaktion gemacht oh der macht auch keine Geräusche aus, dann zischen da, ne ja so man kann keine Creepers hören das ist so richtig fies, ey das ist richtig fies, ey das ist richtig fies von Notch hat der mich extrau gemacht boah cool die geht mir, der geht mir auf den Geist es gibt der Pistons, also neu ja die Pistons, was kann man mit Pistons machen? das wollte ich ja machen also gleich Pistons ja, haben wir auch Sticky Pistons, die findet man schlecht was? ich meine, äh, äh, kennst du, haben die solche, ähm, Slimeboards? ja das wollte ich ja machen mit den Slimeboards ich wüsste da, wie man ein Tor baut ich auch ich auch, deswegen ja ich auch, deswegen ja Falschmauspause ach die Höhle total verbuggt weißt du, was wir machen könnten? ja dass wir bei Gettich aufnehmen ähm ach, geht das nicht ach, egal also ja können wir später mal ah, ähm Darst du also auch Kosten also, ok wie soll ich jetzt sagen kostenlose Spiele bei Steam kostenlose Spiele bei Steam ja, das könnte ich runterladen, aber was wir ja, aber ja, aber was Alien Swarm hä? ach, scheiße, äh schick ich dir schon Link dazu äh, diese Alter ist das das Arschloch der Welt hier ich höre Spinnen ich sehe die Spinnen oh Gott Spiderman ruft ja na ja ne